St. Timbiets St. Timbiets steht dieser Tage ganz im Zeichen des Anarchismus. Keine Angst, es wird kein Putsch geplant. Das Problem des Paros ist der Staat. Also sind die anderen die die Entscheidungen für uns nehmen. Unsere Ziel ist es, die Gesellschaft zu funktionieren auf kleinen, autonome und autotäglichen Monaden. Ich würde sagen, dass es keine Revolución ist, aber es hilft. Wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu verändern, und du machst es nicht, ich würde mich den Rest meines Lebens fragen, wie weit hätte es funktioniert? Ist das Heli oder nicht? Ja, lass es verschwinden. Ihr müsst mit runter. Was? Die Polizei. Ab jetzt kann bei uns Polizei möglicherweise den Funk gleich mithören. Die Polizei ist auf die Straße. Geh mal wieder. Die Polizei ist auf die Straße. Wenn wir nicht mehr passen, zu kämpfen. Es ist fast das gleiche Preis als die kleine Haus in der Stadt. Und für den gleichen Preis, wir können quasi eine Mountain haben, eine schöne Utopie. Es ist nicht eine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ich glaube, dass ätzende Dinge schneller kaputt gehen, wenn ab und an Sand ins Getriebe gestreut wird. Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.